Was ist eigentlich mein Schwerpunkt seit vielen Jahren von der Klinik, einer Uniklinik, ist die Kinderaugenheilkunde, Strapologie. Mit den Schülern, mit der Strapologie, auch die neuro-ophthalmologischen Geschichten, das heißt, wenn es Gehirnprobleme gibt, Doppelbilder, schlechtes Sehen, das ist eigentlich mein Schwerpunkt, aber in der Praxis muss man jetzt über die vielen Jahre, ist man natürlich angehalten, alles zu können, alles zu machen, und das mache ich ja ganz gerne in der Praxis. Alles, was in der Sprechstunde anfällt, wird betreut, wird abgearbeitet, wird behandelt, und das möglichst gut und möglichst umfassend, und wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann haben wir auch noch Spezialisten an der Hand, sei es hier, sei es dort. Was macht uns am meisten Spaß? Also ich kann sagen, einfach mit Menschen arbeiten, den Leuten weiterzuhelfen, Kinder gut zu betreuen, Gummibärchen zu verteilen, und mit einem netten Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen, das finde ich gut in der Praxis. Ich denke, was für uns alle am wichtigsten ist, dass wir wirklich in einem ganz guten Team arbeiten, wo wir uns eigentlich alle wohlfühlen, und ich denke, ich kann für alle sprechen, auch für unsere Angestellten, dass wir eigentlich jeden Tag gerne hier hereinkommen und miteinander schauen, das Beste zu erreichen. Schöne World Schöne World Schöne World